In meinem Modul KI-1 geht es um die Grundlagen der künstlichen Intelligenz als Teilfachgebiet der Informatik. Dieses Modul beinhaltet im Wesentlichen das Lösen von komplexen Problemen mithilfe des Computers. Wobei komplexe Probleme die Probleme sind, die bis jetzt nur der Mensch löst mithilfe seines Verstandes. Was wir in dem Kurs zeigen können, ist, wie Methoden der künstlichen Intelligenz, einfach weil es so viele verschiedene gibt und auch schon seit vielen Jahren, wie sie einfach überall in der Softwareentwicklung angewendet werden können, wie immer wieder, wenn ich eine eigentlich ganz normale Software schreiben will, Probleme auftauchen, für die die künstliche Intelligenz Algorithmen bereithält, mit denen man das clever angehen kann. Für meine Berufspraxis habe ich ein Verständnis entwickelt, was unter der Motorhaube von Artificial Intelligence vor sich geht. Ich werde immer mehr mit Modellen in Kontakt kommen, im täglichen Berufsleben. Modelle, wo ich jetzt verstehe, was passiert und wo ihre Limitationen sind. Sie lernen aber gleichzeitig, dass es wie noch weitere Berufsbilder gibt, die möglich wären, jetzt anzugehen. Das Berufsbild des Data Scientists zum Beispiel, was in den letzten Jahren aufgekommen ist. Ein Data Scientist kriegt Daten, wie sie mittlerweile überall anfangen, im Web, in Datenbanken von Firmen, durch Sensoren. Und mithilfe von Algorithmen aus der künstlichen Intelligenz macht der Data Scientist Sinn aus diesen Daten. Sinn im Sinne von, er zieht betrieblichen Nutzen heraus oder gesellschaftlichen Nutzen. Und das haben viele noch gar nicht so arg auf dem Schirm, lernen das aber jetzt ein Semester lang kennen. Bei Herrn Stadelmann, von Anfang bis zum Ende, der Raum voll mit Leuten, die Fragen stellen, die interessiert sind, die mitmachen, die auch etwas mehr Zeit investieren in die Aufgaben. Viele haben extra Schritte gemacht, weil es einfach interessant war, weil wir waren so, okay, kann ich das noch besser machen, kann ich das noch besser machen. Zum Beispiel das Spiel 2048, wo wir verschiedene Heuristiker selber aufgebaut haben. Und wir waren alle so, ich kann einen besseren Score jetzt bekommen oder nicht. Und ja, es hat so Stunden, Tage gedauert, obwohl, musste man nicht so viel investieren. Aber wir wollten, es war einfach interessant. Besonders gut gefallen hat mir Diskussionen, die auch neben der eigentlichen Materie angestossen worden sind. Diskussionen über Ethik in Artificial Intelligence, über weiterführende Diskussionen auf Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Entwicklungen. Ja, die Studierenden in diesem Fachgebiet zu sozialisieren, ihnen diese Haltung nahe zu bringen, diesen Ansatz, Probleme zu lösen, was ein sehr pragmatischer Anwalt ist. Wir nehmen uns ein total komplexes Problem, was bis jetzt keiner lösen konnte, was nur der Mensch lösen kann. Und wir entwickeln Technologie, die dem für einen konkreten Anwendungsfall näher kommt. Diese Haltung von, komm, wir schaffen das, die weiterzugeben, ist das, was mir am wichtigsten ist. Und es war einfach, ja, okay, komm, ich kann es besser machen. Es ging nicht mehr schon um die Prüfung natürlich oder einfach um Lernen. Nein, um anzuwenden und versuchen und das irgendwie zu leben. Das war einfach, ja, okay, ich kann es besser machen.